Sophie ist eines der Unternehmen, was relativ neu im Payment-Sektor an der Börse ist. Nach Markteintritt ging es bei der Aktie im Kurs rapide bergab. Dennoch ist das Interesse der Anleger groß. Ist die aktuell schwierige Marktlage eventuell genau der richtige Zeitpunkt, um bei Sophie Technologies zuzuschlagen? Das besprechen wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ein großes Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Im Großen und Ganzen gibt es drei bis vier Arten von Akteuren im weltweiten Payment-Sektor. Anbieter mit eigener Wallet oder virtueller Brieftasche wie Venmo und Paypal, wo man die Wallet beispielsweise beim Online-Shopping auf verschiedenen Websites nutzen kann oder sich aber auch gegenseitig unter Freunden Geld senden kann in die virtuelle Geldbörse. Anbieter von Online-Zahlungsschnittstellen wie Stripe, die technische Schnittstellen bieten, welche sich Anbieter von Online-Shops und Webseiten einbinden können, um Zahlungsverkehr auf ihrer Website abwickeln zu können. B2B-Offline-Zahlungsanbieter wie Square bzw. Block, diese Anbieter verdienen Geld, indem sie Gebühren für jede Transaktion erheben, beispielsweise im Laden über die Kreditkartenkäufe ihrer Kunden, die normalerweise vom Händler bezahlt werden. Meine Aktienanalyse zu Square findet ihr hier oben verlinkt. Die zuvor genannten Unternehmen befanden sich alle im Bereich des relativ alltäglichen Zahlungsverkehrs. Es gibt aber natürlich auch noch die sogenannten alternativen Kreditgeber und die Sparte der Robo-Advisor bzw. der Finanzdienstleistungen, zu denen auch SoFi Technologies gehört. Sie verdienen ihr Geld, indem sie entweder Servicegebühren von Kreditnehmern und Investoren oder auch Transaktionsgebühren erheben. All die zuvor genannten Märkte werden heutzutage immer mehr von sogenannten Fintech-Unternehmen besetzt, wobei dies oft typische Aufgaben einer klassischen Bank waren in der Vergangenheit. Während die Fintech-Akteure die Kosten gesenkt und damit die Nutzung ihrer Produkte für alle Beteiligten vorteilhaft und effizient gestaltet haben, ist es traditionellen Banken oftmals nicht gelungen, ihre Gebührenstruktur auf ein vergleichbares Niveau abzusenken. Während potenzielle Kreditnehmer, also Kunden bei Fintech-Unternehmen, ihr Rating und die daraus resultierenden Zinssätze in wenigen Minuten von diesen Fintech-Kreditgebern erhalten können, werden es traditionelle Banken eher schwer haben, schnell das beste Angebot für ihre Kunden zu finden, da in der alten etablierten Bankenwelt Gebührenstrukturen und Kleingedrucktes von Anbieter zu Anbieter variieren. Darüber hinaus konzentrieren sich die meisten Fintech-Anbieter auf nur ein oder zwei Segmente, im Gegensatz eben zu den traditionellen Banken, die normalerweise ein sehr, sehr breites Produktangebot haben. Dies macht es für Kunden von Fintech-Unternehmen erforderlich, entweder einen fast Full-Service-Anbieter, wie zum Beispiel auch Sophie Technologies zu wählen, der Kreditvergabe und Vermögensverwaltung zum Beispiel vereint anbietet, oder sich eben bei vielen einzelnen Unternehmen anzumelden, was die Komplexität und den Zeitaufwand bei Fintech-Unternehmen erhöht. Insofern bleibt der Geschwindigkeitsvorteil und oftmals der Komfort bei den modernen Fintech-Unternehmen. Wer alles aus einer Hand und in der Regel einen persönlichen Ansprechpartner möchte, ist häufig bei den behäbigen Banken immer noch an der richtigen Adresse. Spannend wird es sein, wie und ob sich Banken immer mehr an der aufstrebenden Fintech-Konkurrenz orientieren und sich demnach auch immer weiter verschlanken. Sophie ist ein in den USA ansässiger Anbieter von Krediten- und Vermögensverwaltungsangeboten. Das Ganze nennt sich auch eben Social Finance. Sophie bietet auch Risiko-Lebensversicherungen in Partnerschaft mit Protective Life an. Im Prinzip fokussiert sich Sophie auf den Bereich Marketplace Lending und Robo-Advisor, wobei sie bei letzterem mit ihren vermögensbildenden Angeboten nicht ganz hineinpassen. Ihre Finanzdienstleistungsprodukte muten laut Branchenexperten aber ähnlich an wie die typischen Robo-Advisor-Produkte. Zu den Kreditprodukten des Unternehmens, alternative Kreditvergabe ist das Marktsegment hier, gehören zum Beispiel Privatdarlehen, Studienkreditfinanzierung, Elterndarlehen, Refinanzierung Hypotheken und Hypothekenrefinanzierung. Im Markt der alternativen Kreditvergabe in den USA sind ihre ärgsten Konkurrenten Landing Club und Prosper. Die von Sophie im Marktsegment Marketplace Lending angebotenen Privatkredite zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Organisation Fee, also Gebühr erheben, während die beiden anderen Konkurrenten Landing Club und Prosper hier 1-6% erheben. Im direkten Vergleich zu den beiden Konkurrenten sind die Zinsraten bei Sophie zudem in der Regel günstiger und die Laufzeiten sogar etwas länger. Dafür ist die Summe, die mindestens vom Kreditnehmer geliehen werden muss, etwas größer bei Sophie. Prinzipiell erscheint Sophie hier etwas attraktiver als die US-amerikanischen Konkurrenten. Die oder auch neue Konkurrenten könnten aber jederzeit mit einer aggressiven Preisstrategie nachziehen, sodass dies kein nachhaltiger Burggraben ist, der sich zumal auch nicht besonders lohnt, wie wir noch später sehen werden. Verbraucher- und Unternehmenskredite im Fintech-Bereich werden hauptsächlich von Kreditplattformen durchgeführt, die als Marktplätze fungieren, die Kreditnehmer und Kreditgeber miteinander verbinden. Dies trifft beispielsweise auf das Geschäftsmodell von Sophie zu, die eben im Marketplace-Landing aktiv sind. Dies bedeutet, dass die Fintech-Unternehmen im Gegensatz zu Banken, welche zum einen Einlagen annehmen und gleichzeitig an der anderen Seite eben Kredite an Verbraucher und Unternehmen weitergeben, eben in der Regel selbst keine Einlagen entgegennehmen oder Kredite selbst vergeben. Sie gehen damit ein vermindertes Risiko bei ihren eigenen Bilanzen ein und erhalten daher auch keine Zinserträge direkt von den Kreditnehmern. Gleichzeitig ist ja Sophie aber auch an einer Banklizenz interessiert, sodass sich dieses Modell ein bisschen vermischen könnte. Der Hauptvorteil oder Unique Selling Point dieser Unternehmen ist häufig, dass die Kreditkosten für Kreditnehmer gesenkt werden, die Rendite für Kreditgeber und Investoren dabei steigen und überhaupt, dass erstmals vielen Verbrauchern überhaupt erst der Zugang zu einem Kredit ermöglicht wird. Unternehmen wie Sophie verbinden in der Regel private oder gewerbliche Anleger oder Kreditgeber mit den Kreditnehmern auf einer Art Marktplatz. Dabei wird hier in erster Linie auf Verbraucher und kleine Unternehmen abgezielt, die von traditionellen Banken nicht oder nur unzureichend versorgt werden. Daher ist man hier eher am unteren Ende des Marktes aktiv. Die vermögenden Privatkunden, also die attraktiven Kunden, die den Kern des Marktes hier bilden, wenden sich immer noch an Banken oder eben traditionelle Anlage- und Vermögensverwalter, um Finanzberatung zu erhalten. Dies macht die Zielgruppe somit für Sophie noch etwas kleiner. Mit geringen Gebühren schafft es Sophie, also beispielsweise sowohl für Investoren als auch Kreditnehmer, relativ attraktiv zu sein. Gleichzeitig durch ihr günstiges Angebot mindern sie natürlich auch ihren Umsatz und ihre Ertragschancen im Vergleich zur Konkurrenz, was wiederum nicht so sehr für die Anleger der Aktie positiv zu bewerten ist. Dennoch, Sophie positioniert sich als Social Community, als Social Finance Unternehmen. Das heißt, neben ihrem Kredit- und Vermögensverwaltungsgeschäft bieten sie der Community zum Beispiel Events an, zum Beispiel Abendessen, Happy Hours, Podiumdiskussionen, Networking-Möglichkeiten, um ihre Mitglieder, so wie sie ihre Kunden eben nennen, miteinander in Kontakt zu bringen. Darüber hinaus erhalten Kunden, die bereits einen Kredit haben, einen Zinsnachlass auf weitere Sophie-Kredite und sie zahlen auch zum Beispiel nicht für die Sophie-Vermögensverwaltung. Dieses konvergente Vorgehen sichert zum einen etwas die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden und Mitglieder ab und sorgt natürlich auch für eine nachhaltige, gegebenenfalls treuere Kundschaft und kann als Markenzeichen oder Unique-Selling-Point von Sophie gesehen werden. Auch die Bezeichnung Mitglieder anstatt Kunden wirkt etwas wertiger und es wirkt so, als würde sich Sophie ganz besonders um seine Kunden kümmern. Zusätzlich bietet Sophie seinen Mitgliedern beispielsweise folgende Leistungen an, Karriereberatung für den Berufswechsel, Jobsuche, Personal Branding, inklusive persönliche Treffen mit den Beratern, Arbeitslosenschutz, ein Programm, bei dem sich Kreditnehmer bewerben können, falls sie ihren Job verlieren. Ausgeschlossen ist ihr eigenes Verschulden. Nach erfolgreicher Beantragung werden die Kreditrückzahlungen für einige Zeit ausgesetzt, was das Ganze für den Kreditnehmer zusätzlich attraktiv macht. Diese Aussetzung kann auf bis zu 12 Monate verlängert werden. Neben der Kreditvergabe ist also, wie bereits erwähnt, die Sophie Vermögensverwaltung im Bereich der Finanzdienstleistungen Bestandteil der Sophie-Produkte. Hier bieten sie neben den kostenlosen Nutzungsmöglichkeiten für Sophie Kreditnehmer, aber auch grundsätzlich sehr geringe Gebühren wieder an. Im Gegensatz zu anderen Fintech-Vermögensverwaltungsunternehmen bietet Sophie einen individuelleren Vermögensverwaltungsansatz mit persönlicher Beratung, aber ähnlich wie bei anderen Fintech-Playern basiert das Portfolio auf ETF-Fonds, die aktiv von den Finanzspezialisten von Sophie gesteuert werden. Laut Sophie erhalten ihre Berater keine Provisionen und unterstützen Sophie-Kunden bei der Planung und Erreichung ihrer persönlichen finanziellen Ziele. Sophie-Portfolios werden automatisch neu gewichtet. Das Portfolio von Sophie basiert auf einer Mischung von ETFs, die über 20 Indizes folgen und umfasst US-Aktien, internationale Aktien, Hochzinsanleihen, Immobilien, kurzfristige Staatsanleihen und verschiedene Aktienmärkte noch aus anderen Regionen. Basierend auf der Risikopräferenz des Nutzers wird Geld zu unterschiedlichen Prozentsätzen in Aktien und Anleihen investiert, um dieser Risikopräferenz gerecht zu werden. Diese Struktur dahinter erinnert schon stark an Robo-Advisor, da hier immer sehr nach einem ähnlichen Prinzip gehandelt wird, weshalb ich in der Prognose vermehrt auf den Robo-Advisor-Markt eingehen werde, da Branchenexperten hier vermehrt Parallelen sehen. Die Konkurrenten in diesem Bereich sind Betterment und Wealthfront, die ähnliche Produkte anbieten. Diese sind auch nicht wesentlich teurer als Sophie, bieten aber eben keine Produkte im alternativen Kreditmarkt an, sodass diese Kombination bei Sophie doch relativ exklusiv ist. 2020 fusionierte Sophie mit Galileo, ein Unternehmen, was nach eigenen Angaben die führende Banking-Infrastruktur für Fintech-Unternehmen bereitstellt. Die haben auch eben viele Fintech-Unternehmen, also auch Konkurrenten von Sophie, in ihrem Kundenstamm. Hier bieten sie also technologische Grundlagen für andere Fintech-Unternehmen an, was eine zusätzliche attraktive Einnahmequelle ist. Im Segment der Kennzahlen blicken wir auch gleich auf die Entwicklung in diesem Marktsegment. Diese Erweiterungen, zusammen mit dem steigenden Angebot im Finanzdienstleistungssektor, sind wichtig, um unabhängiger von diesem Kreditvergabesegment zu werden, da hier eben im Bereich der Kredite Ausfallrisiken bestehen, vor allem eben bei den Privatkreditnehmern. Sophie liegt auf Platz 17, der größten Verwalter von Werten mit Robo-Advisor-Ansatz im März 2021. Betterment liegt beispielsweise hier sogar auf Platz 4. Noch sind sie, also noch ist Sophie hier also relativ weit hinten dran. Durch die guten Entwicklungen in 2021 dürften sie bereits ein wenig in diesem Markt geklettert sein. Wir sehen aber anhand der Werte, dass Edelman und Vanguard hier schier uneinholbar vorne liegen. Die Aktie von Sophie zählt zudem zu den 15 beliebtesten Aktien der Millennial-Aktienanleger in den USA im Q2 2021, deutlich hinter den Trenderscheinungen AMC und hinter Marktgiganten Tesla, Apple und Co. Trotzdem ist der Platz von Sophie schon relativ weit oben, wenn man bedenkt, dass die Aktie noch relativ klein ist. Sicherlich hat der starke Rückgang im Aktienkurs auch dazu geführt, dass viele Millennials wieder ausgestiegen sind. Die Beliebtheit bei jüngeren Marktteilnehmern zeigt möglicherweise aber auch, dass das Geschäftsmodell hinter Sophie bei jüngeren Anlegern und bei der jüngeren Zielgruppe verstanden wird und attraktiv ist. In der Marktposition vergebe ich mit Blick auf das Geschäftsmodell 4 von 5 Sterne. Da sie noch sehr neu in der Branche sind, ist diese sehr gute Bewertung tatsächlich sehr diskutabel. Was mich positiv beeindruckt hat, ist ihre relativ klare Verknüpfung in Nischenmärkten wie dem Kreditvergabemarkt, vor allem mit Fokus auf Privatkunden sowie der Vermögensverwaltung. Hinter allem scheint das Ziel zu stecken, junge Menschen zu fördern und einen Zugang zu guter Bildung zu ermöglichen, sowie junge Familien zu unterstützen. Zum einen bei Studienkrediten, aber später eben auch in der Vermögensverwaltung. Auch der Merger mit Galileo macht das Unternehmen weitaus stabiler. Fairerweise muss man sagen, dass sie noch vor allem durch ihre geringen Gebühren attraktiv sind, sich dies jederzeit aber durch neue Konkurrenz ändern kann. Und gerade jetzt zu Beginn ist ein enormes Wachstum in den Nutzerzahlen Voraussetzung, um am Markt überhaupt bestehen zu können. Mehr dazu später auch in den Risiken. Folgt auf Instagram dem Kanal CheckAktien, um keine News von den Börsen dieser Welt mehr zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen, Aktienvergleichen und sorgt mit guten Memes immer wieder zwischendurch für gute Laune. Im jährlichen bereinigten Nettoumsatz wuchsen sie von 2018 bis hin grob ins Jahr 2021 von 200 Millionen Dollar auf mehr als 900 Millionen Dollar an. Die zwölf Monate von Q4 2020 bis Q3 2021 decken hier nicht ganz das Jahr 2021 ab. Vermutlich wird der Umsatz in 2021 bei circa einer Milliarde Dollar liegen. Damit hätte sich der Umsatz seit 2018 verfünffacht. Wenn wir uns den Umsatz nach Segmenten anschauen, dann sehen wir, dass der Kreditvergabemarkt hier mit Abstand die größte Säule ist. Hier stieg der Umsatz von 2018 von mehr als 200 Millionen Dollar, was fast der komplette Umsatz des Unternehmens damals war, auf beinahe über 700 Millionen Dollar in den letzten zwölf Monaten seit Ende Q2 2021 an. Noch stärker ist das Wachstum im Umsatz mit ihrer Technologieplattform gewesen. Dieser stieg praktisch von Null auf beinahe 100 Millionen Dollar in 2020 und der Umsatz wächst auch in 2021 weiter. Dahinter verbergen sich eben die Umsätze mit ihrem Segment Galileo, wo sie im B2B-Bereich unterwegs sind und die Infrastruktur für andere Fintech-Unternehmen bereitstellen oder zur Verfügung stellen. Die eigenen Finanzdienstleistungen, also das sogenannte Wealth Management, mit einem Hauch von Robo-Advisern wuchs ebenfalls, wenngleich sie hier erst bei vergleichsweise mageren 20 Millionen Dollar Umsatz liegen. Das Segment Corporate macht sich bisher überhaupt noch nicht bemerkbar. Im bereinigten EBITDA, also dem operativen Gewinn, vor dem Abzug von Zinsen und Abschreibungen sehen wir, dass sie es 2021 voraussichtlich schaffen werden, erstmals in dieser Kennzahl profitabel zu werden. 2018 stand hier noch ein Verlust von ca. 500 Millionen Dollar zu Buche, was schon enorm ist. Im EBIT, also dem operativen Ergebnis vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, ist der Verlust aktuell noch sehr groß. Der Grund, warum Sophie das Adjusted EBITDA als wesentliche Kennzahl in ihren Messungen ihrer Gewinne angibt, mag auch daran liegen, dass sie zuletzt eine Menge Geld in Form von aktienbasierten Ausgaben, also in Form von sogenannten Stock-Based Expenses getätigt haben. Diese werden nicht im EBITDA berücksichtigt, sehr wohl aber im EBIT. Auch die kräftigen Abschreibungen sind im EBITDA natürlich nicht enthalten. Das heißt, auch wenn sie hier 2021 theoretisch in dieser Kennzahl EBITDA profitabel würden, sind sie noch lange nicht im EBIT profitabel und damit auch noch lange nicht im tatsächlichen Gewinn. Der Nettoverlust im dritten Quartal beispielsweise lag bei 30 Millionen Dollar, in den ersten neun Monaten 2021 sogar bei beinahe 400 Millionen Dollar, was gemessen an ihrem Umsatz schon enorm hoch ist. Der wesentliche Faktor, den sehr viele Anleger im Fokus haben, ist hier die positive Entwicklung im Bereich ihrer Mitglieder, also Kunden. Hier konnten sie seit Corona-Ausbruch, der sicherlich auch mit ein Grund für dieses Wachstum gewesen sein wird, 2020 kräftig wachsen, auf beinahe 3 Millionen Mitglieder dann sogar in 2021. Anfang 2020 waren es nur ca. 1 Million Mitglieder. Dabei steigt, und das ist positiv, vor allem stetig die Nutzung ihrer Finanzdienstleistungsprodukte, also auch die persönliche Vermögensberatung, die sie so anpreisen. Hier konnten sie schon mehr als 3 Millionen Produkte an die Frau oder den Mann bringen, Tendenz stark steigend, während die Kreditvergabe nur leicht wachsen konnte. Die Tatsache, dass bei den Finanzdienstleistungsprodukten noch nicht so viel abspringt, liegt auch daran, dass sie mit den Finanzdienstleistungsprodukten pro Produkt nicht so viel Umsatz erzielen. Hier ist in Zukunft definitiv ein weiterer Ausbau notwendig, z.B. auch von Versicherungsprodukten. Aber auch die 2022 anstehende Banklizenz könnte sich hier positiv auswirken. Wenn wir über Kennzahlen sprechen, dann sind hier häufig die Erwartungen der Analysten wichtig. Diese erwarten für 2022 und 2023 eine Verdopplung des Umsatzes. Von ca. 1 Milliarde Dollar Umsatz in 2021 soll SOFI 2023 bei ca. 2 Milliarden Dollar liegen. Da sie im operativen Ergebnis, also dem EBIT 2021, weiterhin noch sehr negativ sein werden, wird für 2023 hier erstmals ein Gewinn in diesem operativen Ergebnis nach Abschreibung und vor Zinsen und Steuern erwartet. Durch die kürzlich erhaltene Banklizenz sind die Erwartungen sicherlich nicht gesunken. Positiv wirkt hier, dass die Aktie kürzlich bereits enorm abgestraft wurde. Man darf aber nicht vergessen, dass die Aktie noch keinerlei Gewinne erzielt. Für die Kennzahlen vergebe ich daher 2,5 von 5 Sterne. Das ist schon sehr positiv geschätzt. Das Wachstum in Mitgliederzahlen und auch im Umsatz und EBITDA sieht zwar gut aus, der Verschuldungsgrad ist zudem ebenfalls zuletzt gesunken. Gleichzeitig erwirtschaftet das Unternehmen noch nicht ansatzweise reale Gewinne und wirklich starke Verluste und muss hier noch stark wachsen. Und damit sind wir auch bei den Risiken von SOFI. Das erste Risiko liegt eben genau in dieser ausbleibenden Profitabilität in 2023. Die Erwartungen der Analysten sind relativ klar und jegliche Entwicklungen, die dem entgegenstehen werden, sicherlich zwischenzeitlich zu Kursrückgängen führen. Ich schätze das Risiko mit einer Schadenshöhe von 9 und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von sogar 50% als nicht niedrig ein. Lasst euch nicht von den tollen Wachstumszahlen in Mitglieder oder Umsatz blenden. Gerade in Zeiten, wo die Börse negative Nachrichten im Payment-Sektor stark abstraft, kann das kurzfristig trotz des bereits starken Kursrückganges noch weitere negative Folgen haben. Das zweite Risiko liegt in der Natur des Fintech-Marktes. Der unique selling point von SOFI ist sicherlich, dass sie eben diese konvergenten Produkte anbieten, die also Hand in Hand greifen. Das heißt, das Mitglied oder der Kunde kann gleich mehrere Finanzdienstleistungen oder Kredite bei SOFI abgreifen und nutzen. Auf der anderen Seite ist es eben ein Markt, in dem sehr schnell neue Konkurrenz aufkommen kann. Dagegen wirken sie natürlich mit ihrer Banklizenz, die nicht so leicht zu bekommen ist und mit ihrer B2B-Technologie-Plattform, die beispielsweise eben von Robinhood genutzt wird. Denn damit sichern sie sich ihr technisches Know-how und eine gewisse Unabhängigkeit auch von anderen einzelnen Produkten. Letztendlich ist das aber immer noch kein sicherer Burggraben aus meiner Sicht in dem sehr großen Fintech-Markt. Daher schätze ich die Schadenshöhe bei neuen Konkurrenten und Preisangriffen mit 6 ein und die Eintrittswahrscheinlichkeit davon schätze ich auf 40%. Das dritte Risiko liegt darin, dass bei der Aktie zuletzt viele Short-Positionen geöffnet worden sind, zwischenzeitlich. Das spricht auch dafür, dass viele Anleger zeitweise davon ausgingen oder ausgehen, dass die Aktie oder das Unternehmen eben keine positive Entwicklung in Zukunft nehmen wird. In Kombination mit eintretenden schlechten Meldungen würden sicherlich zusätzlich viele Anleger aus der Aktie aussteigen. Und natürlich liegt hier auch in dem viel zitierten Short-Squeeze eine Chance. Gleichzeitig ist aber das Risiko eben extrem hoch. Die zusätzliche Schadenshöhe schätze ich mit 7 auch eher hoch ein und die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich hier gekoppelt an Risiko 1 bei 50%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 2 von 5 Sterne. Fairerweise muss man dazu sagen, zieht sich diese möglicherweise ausbleibende Profitabilität durch die Kategorie Kennzahlen und Risiken. Gleichzeitig spiegelt sie aber auch deshalb das Risiko bei dieser Aktie wieder. So toll auch ihr Geschäftsmodell und möglicherweise auch die Wachstumschancen sein können, so unprofitabel ist ihr Geschäft heute. Gleichzeitig verbergen sich hier aber natürlich auch Chancen und Potenziale für ein enormes Kurswachstum. Sollten sie die Risiken nichtig erscheinen lassen und in eine zuverlässige Gewinnzone steuern, dann würde die Aktie vermutlich einen starken Schub generieren können. Es steht aber gleichzeitig auch das Risiko von weiteren enormen Kursverlusten im Raum. Eine zentrale Frage ist, neben der gerade erwähnten starken Konkurrenz im Fintech-Markt, ob die alten Banken insgesamt aufholen können, indem sie neue Technologien übernehmen und sich erfolgreich genug verändern, um die meisten neuen Fintech-Wettbewerber aufgrund ihrer schiereren Größe abzuschütteln. Oder ob die Fintech-Startups das alte System vollständig überholen werden. Die Antwort liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Vermutlich werden sowohl die traditionellen Banken als auch die Fintech-Unternehmen koexistieren, indem vor allem die Fintech-Unternehmen wie Sophie ihre eigene, jeweilige Nische finden, über verschiedene Produktkategorien hinweg. Die drei wichtigsten Strategien, die von traditionellen Banken verfolgt werden müssen, um relevant zu bleiben, sind die Akquisition von Fintech-Unternehmen, strategische Investitionen in Fintech-Startups und Partnerschaften mit Technologieunternehmen, um die Expertise beider Unternehmen zu nutzen. Somit stünde natürlich auch weiterhin die Spekulationen im Raum, wenn es bei Sophie weiterhin unrentabel zugeht, ob sie mit ihrer Technologie von einer etablierten Bank geschluckt werden. Diese Bank würde das Unternehmen dann vermutlich mit anderen Finanzmitteln neu ausrichten und eingliedern wollen. Da Sophie enorm stark in der Werbung ist, beispielsweise durch ihr Auftreten im Rahmen des Super Bowls in den USA oder durch diverse andere Werbekampagnen, könnte das ein logischer Schritt einer größeren Bank sein, um die wachsende Nutzerschaft abzugreifen. Für Anleger wäre eine derartige Übernahme natürlich ein mittelmäßig attraktives Ende ihres Wachstumstitels, aber gegebenenfalls bewahrt ist die Aktie auch vor einem kompletten Untergang, sollte das Unternehmen nicht profitabel werden. Aktuell geht es aber in eine völlig andere Richtung. Das Office of the Comptroller of the Currency und die Federal Reserve haben die Anträge des Unternehmens im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der Golden Pacific Bancorp genehmigt, sodass Sophie hier in Zukunft deutlich unabhängiger mit einer eigenen Banklizenz agieren kann und seine Finanzdienstleistungsangebote deutlich erweitern könnte, was zunächst mal positiv ist. In den folgenden Statistiken ist in der Überschrift immer von Crowdlending die Rede. Gemeint ist hier aber immer sowohl Crowdlending als auch das Marketplace Lending, was Sophie betreibt. Crowdlending unterscheidet sich insofern von Marketplace Lending, dass beim Crowdlending die Zielgruppe eher Unternehmen sind, beim Marketplace Lending häufiger Privatpersonen, sowie im Fall von Sophie auch. Die Zahl der vergebenen Kredite im Crowdlending-Bereich ist zudem aber größer und wächst von 2017 von ca. 30 Millionen Krediten auf ca. 55 Millionen in 2025 an. Das Marketplace Lending verhält sich ähnlich, wächst bis 2025 auf 30 Millionen Kredite an. Das sind keine 100% in beiden Fällen innerhalb von 9 Jahren. Insofern ist das Wachstum hier eher konstant, aber bei weitem natürlich nicht exponentiell skalierend oder übermäßig stark. Noch deutlicher wird der Unterschied in der Prognose, wenn wir auf die Transaktionsvolumen blicken. Hier ist der Crowdlending-Bereich nachvollziehbarerweise deutlich stärker unterwegs und wird sich zwischen 2017 und 2025 in der Hinsicht verdreifachen, wobei das Wachstum aktuell bereits abflachen sollte. Das Wachstum im Marketplace Lending liegt über diesen Zeitraum nur bei mageren 50%, auch hier bei abflachendem Wachstum. Bei der leicht steigenden Menge an Kreditvergaben in beiden Bereichen geht aber der Durchschnittswert der einzelnen Kredite zurück. Im Marketplace Lending, auf dem Sophie unterwegs ist, sinkt der Wert bis 2025 auf unter 2000 Dollar pro Kredit. Und jetzt wird es spannend, der Markt wird praktisch komplett von China regiert. Europa und Amerika spielen hier kaum eine Rolle. Wenngleich das Wachstum in Europa nicht ganz so schlecht ist, kommen sie hier in absoluten Zahlen nicht annähernd an die Wachstumsraten oder an die absoluten Zahlen von China ran. Sophie ist mit seinem Fokus auf den US-Markt natürlich hier auch kein Player in China. Gleichzeitig ist das Wachstum in China mit ca. 12% immer noch relativ hoch. In vielen europäischen Nationen oder Ländern wie der Schweiz und Italien gibt es ebenfalls starkes Wachstum. Die USA wachsen hier mit weniger als 2%. Keine besonders guten Prognosen, das zeigt auch, dass der Markt hier etwas gesättigter ist. Wesentlich besser sieht das Wachstum im Investmentmarkt aus, also auch dem Teilbereich, der sich mit Robo-Advisern beschäftigt. Im Gegensatz zu den Neo-Brokern wächst die Nutzung und damit auch der Transaktionswert von Robo-Advisern bis 2025 sehr stark. Von mehr als 300 Milliarden Dollar in 2017 soll der Markt sich weltweit auf beinahe 3000 Milliarden Dollar in 2050 hinaufwagen. Gleichzeitig sieht die Nutzerschaft ebenfalls ein Wachstum auf ca. 500 Millionen Nutzer weltweit bis 2025 vor. Dabei sinkt aber der Durchschnittswert der Transaktionen pro Nutzern mit Robo-Advisern etwas unter den Durchschnitt der Investitionen bei Neo-Brokern, denn gleich seit 2020 hier ein stetiger Anstieg zu beobachten ist in beiden Fällen. Im Gegensatz zum Kreditmarkt liegen die USA hier weit vorne, Europa und China wachsen ebenfalls ähnlich mit. Die Situation ist hier nicht ganz so stark unterschiedlich wie beim Lendingmarkt zuvor, aber es wird schon klar, dass in dieser Finanzinvestmentsparte das deutlich größere Umsatzpotenzial begraben liegt. Das Wachstum in den USA, beispielsweise die Wachstumsrate pro Jahr, liegt hier auch bei beinahe 30%. Auch in anderen Regionen, vor allem in Japan, wächst der Markt zum Beispiel stark. Die Frage ist nur, wie lange sich dieses Wachstum auch nach 2025 noch halten wird. Wenn wir diese Prognosen zusammenfassen und dabei auf die Zielumsatzverteilung von Sophie blicken, im Jahr 2025 wird eines klar, das Geschäft mit dem Marketplace-Lending muss zwangsweise an Umsatzanteilen verlieren und dabei muss der Umsatz mit Finanzdienstleistungen im Rahmen ihrer Vermögensberatung stark wachsen. Zum einen, weil hier mehr Potenziale begraben liegen, zum anderen, weil im Lendingmarkt eben auch gar nicht so viel Wachstum zu holen ist. Gleichzeitig bietet ihre Technologieplattform die Möglichkeit, auch von der steigenden Beliebtheit von Neo-Brokern und anderen Playern im Markt zu profitieren, wenn sie die richtig auf ihre Plattform hieven können. Letztendlich sieht man diese Entwicklung in den Ansätzen bereits heute bei Sophie und die Tatsache, dass sie nun eine Banklizenz besitzen, gibt ihnen hier auch noch mehr Möglichkeiten. Es ist dennoch ein weiter Weg, bei dem sie vor allem auch noch profitabel werden müssen. In der Prognose gibt es daher relativ optimistische 3 von 5 Sterne, wobei ich hier zu bedenken gebe, dass die Aktie noch lange nicht dort aktiv ist, wo das größte Marktpotenzial liegt, sondern noch einen weiten Weg dorthin vor sich hat. In der Marktposition habe ich sicherlich diskutable 4 von 5 Sterne vergeben, aufgrund ihres konvergenten Geschäftsmodells, dennoch haben sie hier keinen mega großen Burggraben. In den Kennzahlen hat es dann nur für 2,5 von 5 Sterne gereicht, da das Unternehmen noch weit von einem profitablen Geschäft entfernt ist. Die Risiken haben dann ebenfalls nur 2 von 5 Sterne erhalten. In der Prognose erhält Sophie abschließend 3 von 5 Sterne, wobei klar ist, dass sie sich aus dem Marketplace-Landing hin zu mehr Finanzdienstleistungsangeboten entwickeln müssen. Insgesamt erhalten wir hier also eine Bewertung von 2,875 Sterne, die ich tatsächlich auf 3 Sterne aufrunde. Meine persönliche Meinung, ich persönlich finde den Ansatz hinter Sophie sehr spannend. Da die Aktie zuletzt enorm abgestraft wurde, habe ich mit meinem Minispaß-Trading-Portfolio hier vergangene Woche zugeschlagen, dennoch mit so einer winzigen Position, die von meinem Gesamtportfolio weniger als 0,25% ausmacht. Ich sehe hier die Chance, dass die Aktie vor allem die negative Stimmung rund um ihre Gewinnzahlen überwinden kann und somit mit einiger Zeit die Erwartungen der Anleger übertreffen kann. Gleichzeitig sind die Risiken hier enorm groß, zum einen, weil das Marketplace-Landing kein richtiger Wachstumsmarkt ist und sie für eine ernstzunehmende Position im Finanzdienstleistungssektor viele starke Konkurrenten hinter sich lassen müssen und ihre Nische dann doch relativ klein ist. Insofern betrachte ich den Kauf dieser Miniposition bei mir hier nicht als ernsthaften Ansatz, sondern eher nach der Devise Spaß-Trade. Mit einer größeren Position würde ich aufgrund der insgesamt schlechten Bewertung hier im Video nicht einsteigen, da das aus meiner Sicht schlechte Risiko-Rendite-Verhältnis bei der ohnehin immer noch hohen Bewertung der Aktie meiner Gesamtstrategie mit Factor-Ansatz und ETF-Sparpläne nicht guttun würde. Die SOFI-Aktie ist im Invesco KBW Nasdaq Fintech ETF enthalten, mit zeitweise ca. 2% Gewichtung. Hinter dem ETF steht der KBW Nasdaq Financial Technology Index, der Fintech-Unternehmen aus den USA gleichgewichtet enthält. Außerdem sind sie zeitweise mit ca. 1% im First Trust Eurozone Alphadex ETF enthalten, der auf dem Nasdaq Alphadex Eurozone Index basiert. Was haltet ihr von der SOFI-Aktie? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Meine Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche ETF-Analyse ich in der kommenden Woche machen soll. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.